Eine Hand muss aufstehen und das wird ein wenig behindert und du sollst dein Mund H öffnen und schließt die Augen. Danach machen wir Seng zu Eins. Seng. Nein. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Sie machen diese Bewegung. Das ist wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020